Barmherzigkeit bedeutet, wenn du auch böse bist, ich liebe dich doch. Barmherzigkeit ist also dem Gesetz gegenüber. Nach dem Gesetz müsst ihr dich bestrafen. Wirst du zu Leiden jetzt gestraft werden. Nach der Barmherzigkeit würde ich sagen, ich kümmere mich nicht, wie du bist, ob du dumm bist, sogar blöd bist, schlecht bist, sogar gemein bist, niederträchtig. Ich habe, ich kenne dich als Kind. Ich weiß, wie du eigentlich unschuldig bist. Anderes kommt in die Welt hinein und stört und hindert. Ich sehe dich rein. Das ist Barmherzigkeit. Die Frage ist, kann Barmherzigkeit aber hier erscheinen?